Willkommen zu Part 25 Super Mario für Origami King Letzte Woche habe ich Besuch bekommen Deswegen konnte ich jetzt nicht leider machen Und außerdem, letzten Dienstag hat Tassi Geburtstag Deswegen konnte er keine Freunde einladen Auch mich auch Und am Dienstag der 18.8. Scheiße Da konnte er nicht mehr die Freunde einladen Und so weiter Aber es wird leider schlimm Leider habe ich zu viel Zeit vergeudet Aber egal, wir kommen jetzt zum zweiten Gangton Hast du das Geräusch gehört? Ja Oh Gott Lavados Oh Gott Alter Jetzt brennt es richtig Es wird's heiß Lass Feuerbegang tun Wie kann es einfach so brennen? Ich meine, ohne zu verbrennen Was ist ein atemberaubendes Kreatur? Aber es wurde in das Origami gefeiert Mal, wir müssen irgendwie abkühlen Ja, mit Wasser natürlich Oha Wow, jetzt nehmen wir die Flüge an So ein Diamantistisch Vogel Muss einfach ein Begammtun sein Ja, natürlich Und die Kamera Flutscht wieder Das hasse ich Ach, ich hasse wieder zu schneiden Und meinen scheiß Ball Gut Ähm, hast du vielleicht einen heißen Tipp? Hier vielleicht ein bisschen vorgibt, Mario Ja, 25 plus Ach, die scheiß Steuerung, ey Ähm Mann, ich hasse die Steuerung Kann man es nicht einstellen? Das nervt Jetzt brauche ich wieder mehr Zeit Weil die Steuerung blockiert ist Weil die Steuerung blockiert ist Schon wieder Schon wieder Schon wieder Dritts wie ein Casino, ey Nein! Warum bist du einfach weiter gegangen? Wir fahren nicht nach Stuttgart Hallo! Laura! Ich muss leider schreien Perfekt Wäre das vollgekammtun dran Richtig Es fallen aber nicht aus Versuch mit Eisenstiefeln Alles klar Aber Kolor Kolor Eisenstiefel Die Attacken sind jetzt neu Das ist gut 1 2 3 Und Okay Flatt auf die Tricks Hast du es gesehen? Seine Kaffee wird runtergegangen Und die Felder verloren hat Wenn es seine Felder fielten Würde er sicher stark geschwächt Vorsicht wird irgendwie traurig Ja, leider noch traurig Aber wenn wir auch diesen Kaffee verlieren Oh Gott, sieh ist schon zu spät Oha! Der hat mich trifft, ne? Okay Vorsicht beim brennenden Felder auf dem Hengen zu sein Gefährlich aus Ja, wenn wir die treffen Und wir Nein! Och, ich hasse es Die Steuerung Oder nein Machen wir das Alles die ganz allein Ganz alleine Hallo! Hallo, wo geht das ganz kleine? Das hasse ich Hallo, wo kann Ich hab A gedrückt Und wir machen das Abseckwechsel Ein Ein Drei Der macht ja auch gleich Einen Äh Antrieb Und einen Anderen Oder gleich einen Anschubstoß Also Hammer bringt es leider nichts Bam! Ich krieg immer nur 27 Das ist viel zu viel Wie heißt das, dass du mehr Kaffee verliert, Mann? Achtung, Achtung Hier sitzt gerade eine Menge Brennendes Felder an der Ring Du musst einen Weg finden, wie du schwischen Bevor es zu spät ist Ja Aber nicht jetzt Nein! Stopp! Stopp! Ich hab gesagt Stopp! Wenn ich Stopp sage, dann wird die heiße Stopp! Ich muss zur Schatzspur Mann, ich würde bremsen das nicht! Brems! Brems! Wieso kann das nicht abbremsen? Ich wollte nicht beten und Mann, die scheiß Steuerung Ich hasse die Steuerung Das ist sowas zum Kotzen Nein! Ich kann so laut schreien wie ein Presslufhammer Das kannst du hören Es ist mir scheißegal, wer Kopfschmerzen bekommt oder nicht Das ist einfach nur die Steuerung schuld Mann, das kann so stören Das kann einfach stören Ich kann doch weg ein 1 plus Ein Treffer passieren Ich brauch schon wieder mehr Zeit Brems! Brems ab! Hab ich gesagt Wenn ich Bremse sage, dann bremst du Das ist so ein Scheiß ey Das ist nur eine Verarsche Halt, ich hab doch abgedrückt Also bei Switch hier ohne Fernsehen gehts ganz normal Nein! Stopp! Stopp! Ich hab gesagt Stopp! Your Beakle drückt So schnell geht die Zeit ey Mann! Mann! Hör auf! Hör auf! Einfach! Toll! Weil die Scheißsteuerung mich nervt Das wegen Das wegen So jetzt können wir jetzt mal den Vergangenton einsetzen Schon wieder! Schon wieder! Schon wieder! Da kann man's nicht abbremsen Brems ab! Brems! 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 Gut! Boah! Der Beakle steht in Flammen So nicht nach vorne Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Okay, jetzt ist der Scheiß egal! Okay! Öffne doch bei einer Schatzkitzel Wenn du deinen Bauch in Felder siehst! Na gut! Hä? Ich hab doch ein Herz! Wo war der? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ja! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ja, wenn es so dreht, dann kann ich nix machen! Also du denkst in die falsche Richtung! Jetzt! ich muss zum herz ich hasse ich hasse es wenn jemand mich stirbt hör auf mensch hör auf nein warum zu spät ich gebe zu viel geld ein und du nervst hallo ich hab doch abgedrückt ich hab da gespuckt dich gleich ins herz ich vergäume zu viel zeit ich hab keine wahl oder stopp stopp wenn ich auf einen pfeil geradeaus gehe dann kracht er mich wieder ein so Ja, okay. Brems ab. Brems ab! Habt ihr auch eine gleiche Steuerung wie ich? Bitte in den Kommentator schreiben. Ich würde gerne das Herz haben. Oder wäre es klug? Brems ab! An! Nicht abbrennen! Brems ab! Gut. Doppelherzen. Perfekt! Schla! Guck mal! Uh oh! Was? Wieso? Hör auf! Fuckin, die Anzeige ist raus! Anzeige ist raus! Ich pflass gleich das Zimmer, ey! Was? Jetzt kann ich doch nicht mal den Fight-Arm benutzen mehr. Ich hab die Kaffee nicht richtig gesenkt. Mann! Du kannst die Steuerung nicht abstellen! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich baue das Herz! Komm, kann man es nicht abbrenzen! Ja, okay. Doublehead ist das Beste. Was soll ich jetzt vergessen? Scheiße! Mann! Aber er schießt... selber neue Flammen. Das ist auch gut. Oh Gott, da ist gerade noch eine Flamme. Reins ab! Hallo! Hör auf! Gold! Okay, fang an! Nein! Double jetzt! 16 Millionen Euro Zeit! Weil ich den Kampf so vergeudet habe! Ich muss irgendwie einrollen! Ich muss immer weiter abwenden! Und wenn die Flamme immer weniger wird, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ist die Zigarre? Ok, der ist nicht mehr in Flammen. Wo ist das jetzt? Perfekt. Wo ist das Einschalter? An! Ich hab's angedrückt. Hallo? Okay. Jetzt wechsle ich. Okay. Noch einmal den Schuh eingreifen, aber der doppelt. Okay, jetzt hab ich gut attackiert, aber zu spät gemacht. Muss ich jetzt gern machen? Ne, ich hab jetzt noch den Einschalter nicht aktiviert. Das müssen wir noch machen. Hör auf! Hör auf! Warum sind da zu viele Wasserdingern noch da vorne? Also zu viele. Kann ich meine Fresse auch nicht zu fressen. Hallo? Komm, kannst du dich abbremsen? Hör auf! 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 Arme einlösen, zum Herzen ist schwer. Gut. Die Falle aber brauchen die richtigen Tami-Eligen, nicht einfach versuchen, wie es es ist. Okay, ich hab das. Okay, 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 das schaffen wir, das schaffen wir. Hä? Ich dachte nur zweimal. Bitte nicht. Bitte nicht, warum? Warum? Warum einfach? Wieso krieg ich nur Pech? Ich schlag das Fenster auf den Boden. Ich komm nie wieder. Ja, das ist schwierig, Karl, ey. So ein Scheiß. Jetzt hab ich nur drei, ey, wegen dir. Das ist die schwierige... Warum stecken diese Scheiß-Begang-Tunnel einfach so weit auf meiner Seite? Das ist unfair. Das ist fucking unfair. Das ist fucking unfair. Ich protestiere gleich, dass Nintendo das Spiel spielt. Auch die Scheiß-Steuerung. Achso, ich hab doch... Eine? Scheiße. Scheiße. Hab ich nicht gesehen, weil ich zu gierig war. Wegen der Scheiß-Up und Blackout hab ich jetzt zu wenig KP mehr. Kein KP mehr. Scheiße. Ich... Ich muss irgendwie versuchen, auch das Doppel zu kriegen. Die Einschalter mache ich jetzt nicht. Ich... Ich... Ich mach jetzt was ganz anderes. Die Schatztruhe ist mir das scheißegal jetzt. Weil... Ich hab mich nicht mehr auf die Scheiß-Steuerung. Hallo! Ich hab doch Atem gedrückt! Ah! Ich hab gesagt... Ah! So. Ups, gibt's die Pilze? Ja. Toll. Jetzt sind noch der Kolor-Eisen-Steuerung auf kein Paar-Kopf-Putt, ey. 100? Okay. Weil er verliert ja noch selber seinen KP. Warte mal. Jetzt. Manu zu spät. Ich weiß mir jetzt noch nicht so viel, ich muss einfach nur abwarten jetzt. Ich mach jetzt nur mal zwei Kampf-Vorsprünge. Ähm. Wo ist noch mal der... Okay. Okay. So. Ich kann es nicht nur noch mal tauschen, ne? Zum Glück hab ich das neue... gemacht. Scheiße. Aber wenn ich die Kolor... ne... Orange mache... Okay. Lass du da machen. Okay. Noch nicht der Plätze, aber jetzt noch ein letzter Schlag. Dann kann ich das noch machen. Ja. Das sind die noch nebeneinander, aber... So n' Kack. Dann mach ich mal Schatztruhe. So. Wo ist das Plus Eins? Hier. Deswegen darf ich jetzt ziemlich zu... Nein! Scheiße! Hä? Okay. Das ist früher. Ich dachte da, das war auch noch ein Pfeil. Das hast du doch gesehen. Oh nein, Scheiße. Jetzt müssen wir den WhatsApp-12 verabschieden. Jetzt habe ich so viel Kacke gebaut. Okay, weil ich jetzt Game Over gehe, kann ich nochmal weiter machen. Tut mir leid, ey. Klor-Eisenstiefel. Klor-Stiefel. So, jetzt ist es jetzt die Chance, die Einschaltung zu kriegen. Eisenstiefel. Ey, verliert, verliert, verliert. Ich brauche jetzt den Eisenstiefel. Wow, guck mal, die richtig brennen wie im Feuershow, ey. Okay. Nein! Nein! Zurück! Okay. Irgendwo so eine Scheiße. Mach. Gott. Mach, das wird dein Ende. Ich habe so viel gefällt. Ich habe schon 28 Minuten. Okay, ich kann das noch mit den Faltarmen jetzt noch beenden. Okay, das bleibt immer noch bei 15. Okay, okay, okay. Das ist gut, das ist gut. Wo ist denn die Faltarmen? Ja. Ja. Gut. Perfekt! Und jetzt richtig schlagen jetzt. Ja. Okay. Eins, zwei, ja, komm, 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 komm! Ja, und ziehen! Habe ich doch. Ach so! Okay. Endlich ist der Albtraum endlich vorbei. Er hat auch geschrien, ich habe geschrien. Tote Ende. Ohhhh. So, jetzt das Feuer begangen zu tun. Amen. Ohhhh. Ohhhh. Dann einmal eine schönes Herausforderung. Dann den schwingenden Berg und tappfeilte unglaubwürdige Schwingkräfte geben Feuer. Ich verstehe das. Das Grundkonzept habe ich verstanden, denke ich, aber ich kann es umsetzen. Mein Herz braucht das viel verrückt. Warum? Dann kommen wir mal. Kannst du auch die Farbe ändern? Try not. Du fackelst mich nicht, ne? Oh, ich dich geil aus. Oh, oh! Hab ich gesagt, mein Herz braucht. Jetzt fühl ich mich so, als würde er es... Brennen! Ja, du brennst auch. Aber wo fliegst du hin? Oh Gott, brenne mich nicht. Ach so. Ach ja, das brennt auch. Ach so. Ja, dann ist es ja gut. Wenn du kannst schweben, ist alles gut. Ich habe hier etwas vorhin in meinem Herz herausgefunden. Sie macht das an. Das Vogelbrenn ist hier richtig klein. Und dann schaffe ich das Anblick. Ui, ui, ui. Jetzt geht es wieder um. Das heiße, brennende Feuerkunst. Ach, und noch was. Du möchtest auch noch Feuerfacken jonglieren, ne? Oh, es wird völlig schwierig. Vielleicht will ich es irgendwann nur in Herz fliegen. Oder vielleicht auch noch das Hochwort. Oh, das ist bekannt von Straßenbahn. Oder Seilbahn. Mit diesen Anträgen. Vielleicht hätten sie das Risiko eingeben sollen. Aber nein, ein brennendes Temp verfallen ist ja kein Ort für Professor Binis. Ja. Hilfe. Wow. Professor, da sind wir wieder. Ach gut, ich habe euch angefangen. Mein Beruf war, ihn noch zu stellen. Oh, ich bin ja noch ganz aufgeregt. Oh, ich bin ja noch ganz aufgeregt. Nun, ich darf es eigentlich los. Oh, ich habe eine Flamme inklusive gesehen. Und damit ausfohrendes Zatscheel. Ich muss tatsächlich sogar einmal auswirken. Auf jeden Fall trägt mir Arbeit Urheber. Ich bin sicher eine neue Fähigkeit, Nutzen zu sein. Also ich kann ja nur einmal benutzen. Hochgehen geht leider nicht. So. Jetzt können wir nochmal die Stelle hin, wo wir den Fall haben. Ach, warte mal. Was sind Licht? Nein. Natürlich war da kein Licht. Du, Forscher weiter? Alles klar. Warte mal. Ich fühle dich fast zum Graben. Hier, dort, ne? Genau. Was bedeutet eine Nachricht, ob wir nochmal schlag eine Statue? Ja. Ja, aber ich brauche hier so eine Statue. Wie war da eigentlich nochmal? War es eigentlich der Erste da? Ja. Nee. Ist nur ein alter Kamin. Es ist nur ein alter Kamin. Ja. Geh runter. Ja. Geh runter. Ich glaube, das ist eine kleine Piste. Hier in der Vorne Dauer ist das ein. Hier war irgendwo so eine Piste, einmal wieder zum Graben, wo eine goldene Stiefel, ah scheiße, ich habe keine Lust zum Kämpfen, hau ab, ich verstehe mich so weit weg. Ja, wo war der noch mal? Ich sehe ihn da oben, aber welchen Weg ist das? Von normalerweise muss es irgendwo hier sein. Ist da irgendwie so eine Piste da hier hinten? Das kann doch nicht sein, ich bin so blind, ey. Man ist wieder nach vorne, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Wo ist der Scheiß? Was bedeutet alles, alles nach super nach den Füßen, den Füßen, eine statzige Statur. Ich weiß, dass es eine Statur ist, aber wo geht es doch mal hin? Man liegt nach vorne, ich hasse die Steuerung, ich hasse es. Warte mal, der war doch hier. Mach du denn deine Augen auf, kannst du sehen, wo es ist denn? Das kann doch nicht so schwer sein, okay? Weil du schlechte Augen hast, brauchst du aber eine Brille. Genau wie da blinze ich wie Albert Einstein. Und ich bin nicht Albert Einstein, ne? Und der ist länger gestorben worden. Und der ist schon lange tot, meine ich. Ist das irgendwo 100er oder so? Vielleicht brauch ich neue Pilze, ey. Ich musste den Scheiß Mario eigentlich mal... Ja, noch mal speed und hau ab. Bam, gut. So, 74, das ist richtig schön viel. Also bin ich. Und wenn jetzt was, meine Akku, meine Zartakku jetzt etwas leer ist, dann lade ich einfach hier auf. Genau, hier ist das. Und das ist ein Brunnen. Oh, es tritt ja, ich könnte den Fallkreis hier mal machen. Ja, machen wir mal. Guck mal, wie geil es aussieht, ne? Du bist ja in der Flamme aufgegangen, Oli. Unglaublich, so etwas habe ich in der Studie aber nicht gesehen. Wow, da habe ich alles ganz schön hell gemacht. Ah, ich habe eine schwarze Wasserwand gesetzt. Sehr schön hell, was gut Beleuchtung Unterschied macht. Hättest du einfach passiert, sollte ich jetzt besser ein Licht haben? Ja. Irgendwie ist doch ein Dreieck, ey. Gibt es irgendwas Antikes da draußen? Ah, nicht nach vorne. Ich hasse die Stolz. Ich hasse die. Lösch dich. Lösch dich. Komm, ich geh gleich ab. Ich hoffe, ich bin wirklich ein Joy-Con. Ich habe ja auch mal viel Geld, deswegen kann ich noch etwas kaufen, oder? Ja, neue Joy-Con zum Beispiel. Wenn ich irgendeine Elektro-Laden sehe, dann kann ich sofort, ey. Die kosten etwas weniger, zündig. Ich weiß nicht mehr, welche ich leben soll. Die gelben oder die schwarzen. So, zurück zur Kursen-Piste. Ich hasse die vorne, die vorne, Entschuldigung. Komm doch, ganz alleine. Ganz alleine. Warte mal, kann ich was... Ach so, das geht hier rein. Abfassern, hier scheint der Lufthang zu enden. Ach, wir kommen am Ende hier auszulösen. Ach, nun gesehen, war die alte Entschrift gesagt. Wenn die Finstern zusammen bewegt, der Chaos des Tempels sich versteckt. Oh nein, wir stehen ja gar nichts darüber unter den Wüsten gelangen können. Du, liebe Zeit, wurde ein Hinweis auf ein kleines Champs sein. Könntest du eigentlich irgendwo vergraben und unter den Sand schlüpfen? Du wärst fantastisch. Sehe mal, dass unter den Sand das Kehr in die Arme auf einem Kissen oder Deckel. Vielleicht könntest du ein Tempel fahren oder halten, wenn du in die Luft schon zu gelangen hast. Oder wie jetzt? Wenn du findest du das Sandketext, das schein ist, kannst du mir in den Stärkchen bringen. Kommt, schon wieder, schon wieder. Hallo, halt nicht nach vorne. Ich hasse, als ich schüsse. Mann, hör auf! Ich stelle das, das vor die Laufung einfach ab. Oder gehst du einfach so in den Tempel oder so? Kommt, schon wieder, ganz alleine. Auf keinen Fall wird Professor singen. Mann, da waren die doch schon. Das kann hier auch nichts sein, ne? Ja, nur eine Münze. Toll. Oder sollen wir zum anderen gehen? Das ist eine andere Statue. Was wollen wir jetzt machen? Was gehört an der Einzelne Nachricht? So, wie man zu den Füßen ist, das ist eine Schlagsiegen-Statur-Status. I don't know, what is that? Nein, nicht nach vorne! Komplizierte Frage kann ich mich lösen. Weil ich zu blöd bin. Weil ich zu blöd bin, deswegen. Aha, wie lange? Aber hier war doch die Statue, ne? Können wir noch mal singen? Ich weiß nicht, dass es hier noch was bringt. Ich weiß nicht, dass es hier noch was bringt. Aber leider nicht viel geschafft, ne? Nein, im nächsten Part geht es hier irgendwo in so ein Tempel. Was bedeutet diese alte Nachricht? Zogen wir zu meinen Füßen. Nein, den Füßen der Schlag... Das heißt Schlag-Siegen-Statue. Das ist eine Schlag-Siegen-Statue. Soll ich mal zu Ost und West gucken? Ja, ich muss mal gucken, ey. Sinds, ich muss mal gucken? Grрут bist du nicht? Ich schau. Ich muss mal sehen. Ich muss mal schauen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Immer wer kann, ich kann nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab einfach nur Geld, ey. Da vorne war doch hier ein... Ja, ganz nach vorne. Ich zeig euch mal gleich mal. Sind wir das irgendwo? Ja, da rechts da. Aber da ist ja so eine... Eine... Statue. Vielleicht bringt der was. Aber hier fragt ja auch nichts. Wow. Sieh mich fast überfahren, ey. Konzept hab ich schon Snips. Vielleicht muss ich größer Dimension denken. Vielleicht. Aber naja, egal. Das ist vielleicht. Guck ich mal. Manche Tauts, die ich herrlich nicht gefunden habe. Keine Ahnung, nochmal wo. Irgend so ein Scheinwerfer war das. Irgendwo, ja genau. Hier ist links. Scheiße. Wieso, ich dachte, ich kann hier springen. Ja, weil ich dachte hier, ich kann nicht mehr laufen. Wieso springt er da drüber? Kann ich nicht zu ihm porten? Scheiße. Warum kann ich die Brücke nicht kap... äh, wieder bauen? Weil das Professor das könnte. Aber hier ist nix. Wegen des Vorlachen ist für mich zu schwer. Weil es geht das ganz automatisch. HALO! Er hat doch B gedrückt. Ich hasse es, wenn es immer nach drüber springt. Kann man das einstellen? Einfach auf Eistung gehen. Hör auf, einfach nach vorne zu springen. Hör auf, einfach nach vorne zu springen. Das ist doch was, oder? Das ist ein Läres-Tetik. Was ist das? Schon wieder! Dementsche kommt für Anzeige raus. Das Gummi geht gleich ab, ey. Da ist schon fast ab. Das ist uralt, ey. Schamir! Irgendwo ein Scheinwerfer war das. Hä? Was ist das Klima zu dünn? Was ist das Klima zu dünn? Hä? Und am besten sag ich einfach gar nichts mehr. Das ist schon Stein blockiert. Das ist das Klima zu dünn. Wir haben auch ein Klima zu machen. Wie ist das Klima zu machen? Wir sind in der Zeit, die für die Zeit. Vielen Dank.